So, Neurunde LoL mit Dennis und mit Sebi. Hi. Wir spielen heute mal einen Aram. Oh, Ketel ist hier auch empfohlen auf der. Ja, kannst du dir auch holen, glaube ich. Gegen der Team würde ich mir das, glaube ich, mal. Willkommen zu der Heiligen Abyss. Hat denn der Dennis überhaupt... Ach, Ritze. Die Ritze. Boah, das wird kein Spaß werden, wenn die dich einmal kriegen, ey, dann bist du aber echt Permazizid, ey, dann bist du Insta-Zot, ey. Du musst, weißt eigentlich, dass diese komischen kleinen Viecher hier vor dir wegrennen. Ja, ja, dann hingen die es rein. Dann kannst du hier gucken, bitte. Wenn die jetzt fangen. Mein Gott. Geht schon direkt die Action los, hier, ey. Action. Aber wir haben nur Range. Fast nur. Und die haben schon auch nicht kassiert. Ja, ich denke mal, die werden auch nichts zu lachen haben nachher. Und tschüss. Boah, das gibt's doch gar nicht. Oh, was? Der überlebt echt mit so wenig HP? Oh, schon wieder? Das gibt's doch nicht. Hast du das gesehen, Mann? Der zweimal mit irgendwie 5 HP überlebt oder so. Blubb! Jawohl, nein. Angerotzt. Oh, Mann, ey. Was ist eigentlich mit dem Dennis? Warum ist der so still? Konzentriert. Bist konzentriert, also. Oh, wie alles nur ein Spiel für dich ist, ne? Ich weiß, für dich ist halt ernst. Richtig reinhängen hier ins Spiel. Wollen wir, glaube ich, auch QTS zuerst als First Item dringend. Wir hier teilweise immer Sachen wegbrechen, ne? Am Rand, ey. Sau geil, ja. Auch wenn du den ersten Toolkills. Weil ich immer noch testen wollte, ob Heimatdinger die Dinger wieder aufbaut. Ja, ja. Wir hatten die letzten zwei Heimatdinger, aber, äh, ja. Ich hatte halt keine Ahnung, wo wir uns am Tower. Blubblub. Das wäre halt richtig geil, wenn die Tower sich dann langsam wieder aufbaut. Ui, 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 ui. Boah, ich habe immer richtig Angst, wenn die angerannt kommen, ey. Oh, nein. Aber wir haben aber auch echt ein krasses Team, ey. Wir haben ja auch eine Anivia, ey, heftig. Komm, ja, den Stunne mal hier, Anivia. Toto. Na, den hier. Ciao. Sehr schön. Schaden einfach, ey. So lächerlich, ey. Komm schon. Nein. Ich kriege aber auch keinen Tod hier, ey. Dort kriegst du nicht. Kriegst du nicht dort. Äh. Äh. Oh, nichts mehr. Oh. Jetzt habe ich keinen Mahner mehr. Wie viel Cola. Oh. Zack. Anvisiert. Oh. Uh. Oh, ich habe den schon fliegen sehen, den Typ. Oh. Boah, der Anker, der ist aber auch dick, ne? Ganz schön dick. Oh, der stirbt. Oh, ich kriege keinen Kill. Da. Nein, wieder kein Kill. Oh, gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ich hab einfach nichts mehr ab, ey. Ja, Kyle ist auch echt strong in Arams, finde ich. Oh. Eine Puppe. Boah, die macht aber Schaden. Nicht schlecht. Boah, der Nunu macht aber auch schon ganz schön ordentlich Schaden, ey. Oh. Ach, Mann. Warum hauen die mich dann immer weg? Oh, der ist ausgewiesen, der Chaco. Den gibt's ja gar nicht. Boah, ich hab das Gefühl, wenn die 6 sind, ne? Alter, die werden uns so kaputt machen, nicht? Die kommt dann mit ihren Nautilus Ulti, kommt rein und dann platzt er einfach nur weg. Ja. Ja. Ja, wir haben aber nicht 5 Range. Mode-Kaiser. Das ist der Mili. Das ist der falsche Chaco, übrigens. Kann man Kyle zu Range zählen. Oh, die Ulti kommt auf mich. Boah, ich krieg kein Tod. Jetzt habe ich einen Tod gekriegt. Nein, doch nicht. Jetzt. Oder? Ja, doch. Bumm. Chaco ist noch hinter uns irgendwo hier, in dem Busch. Zwei Kills habe ich, toll. Richtig toll, sad. Ah, das ist ein Teal. Gib mir der Teal-Port. Wenn ich tot bin, ey, dann krieg ich erstmal direkt Blade of the Ring King. Direkt ausrasten. Du willst ja wahrscheinlich auch direkt Kiteis, ne? Ja. Ja, ich bin ja schon ab. Jetzt 3000 im Moment. Noch schön viele Lastits. Oh nein! Das ist nicht cool, was ich da mache. Geh weg. Da stand ich gerade ziemlich doof. Geh voll cool aus, du im Moment. 259. Also, vergleich. Ja, weil ich viele Creep-Kills habe, ne? Das ist halt in Arabisch unterschätzt, man hat mir mal ein bisschen. Aber das ist echt eine Menge wert, wenn man Creeps killt. Ja, Mars. Hol dir doch dort. Oh. Shit. Oh, shit. Hat der gerade Ghost angemacht? Ja. Ja, hallo. Boah, ich mache aber echt noch wenig Damage. Der ist ja eigentlich von uns gestorben. Ach, der im Morde kann man sagen. Lalalalalalalala. Oh, ich kriege kein Geld. Danke. Endlich bin ich mal gestorben. Ich warte eben ein bisschen Gold ab, ne? Ich kriege aber auch echt keine Kills hier, ey, in dem Game. Wie lange hat er einfach zwischen den beiden Towern durch? Wie ein Fluch hier, ey. Egal, jetzt habe ich ein bisschen Attack-Speed. Ja, vor allen Dingen, weil Anivia noch das Ei hat, bringt das irgendwie nicht so viel. Was er gerade versucht hat. Oh. Head-Bot. Wie viele sich einfach dieses Guardians-Horn holen, ne? Echt, das sehe ich fast in jedem Spiel. Fast in jedem Aram sehe ich ein Guardians-Horn. Komm schon. Keiner ist das mehr gekriegt, schade. Und halt so, auch gut. Oh, ich kriege echt keine Kills. Wie viele hast du denn schon? 11, ach so. Na dann. Das ist ja nur ein paar, ein paar, ein paar mehr als ich. Ich frage mich aber auch, würde mich mal interessieren, ob die Rerollt haben. Weil mit so einem Team kannst du ja auch echt nicht gewinnen. Ja. Nicht wirklich. Oh, die machen mich aber auch immer noch tot, ey. Ach, scheiße. Das hat einfach gar keinen. Ja, hätte auch sowieso keinen von live her killen können. Äh, hätte es auch nicht. Ja, das ist einfach. Ja, doch, die Schacko-Puppe hätte ich nicht gewonnen können. Ja, toll. Hätte ich ein bisschen Geld bekommen. Ja, super. Vielleicht fehlen dir diese, genau dieser 25 Gold, fehlen dir gleich, ja. Und da man ja ewig wartet auf Geld, hätte sie lieber mitnehmen sollen. Zweimal, dreimal haben die Guardians-Horn, mein Gott. Was ist denn da los, ey? Ja, ich meine, wie teuer ist da? 1300 oder so? Ja, da kannst du direkt am Anfang an kaufen, glaube ich. 1100. Ja, ja, also du kannst auf jeden Fall direkt von Anfang an holen. Kostet ja nur Künftchen. Das ist ja wie verhext. Verhext, verhext, verhext. Hä, was ist denn mit Maudrecker-Sandos? Auf einmal bleibt der stehen und nur noch die Puppe läuft, Alter. Der Geist. Ach ja. Aber trotzdem noch neun Kill, da ich bin auch schon zweimal gestorben, ey. Richtig Fail. Ja. Aber wenn die dich einmal haben, ne, dann kommst du auch nicht mehr weg. Und der Chaco, der macht trotzdem schon ganz guten Damage, äh, also. Haha. Darauf hab ich gewartet, ey, dass der endlich mal seine schwule Ulti used. Boah, verdammt. Noch ein bisschen Schaden, der Dude. Ja, das war ne schnelle Runde, ne? Konnten nicht viel machen, die Gegner. Ja. Okay. Ja, dann war's ja für heute mit LOL. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir noch mal öfter einen Ara machen sollen. Bis dahin. Ciao. Ja. Ja. Nee. Sag丶 obviamente. Ja. 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 Vielen Dank.